Heute spiele ich mal wieder das Battle-Projekt, aber heute mit einem Abonnenten. Und hier, ich nehme mal... Heute nehme ich mal Frost. Was geht? Abonnent? Heute ist ein Abonnent dabei. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Und legt einen Daumen nach oben, da ist ein Abo. Ja, gerne. Das würde mich echt sehr unterstützen, Leute. Okay, Leute, wir lagen denn hier, ne? Wo wir markiert haben, glaube ich. Ja, genau nach unten. Okay. Ja, drüben so hier. Ja, okay. Wollen gehen wir denn hier? Hier, guck. Ich kann nicht markieren. Siehst du? Ja, komm nicht mehr hin. Äh. Okay. Komm dann, Junio. Ewiges Schist. Hier, Liesing. Hi. Hi. Da hinten sind Gegner. Und Leute, ich habe ja in der Lobby Hallo gesagt. In der Lobby kann man leider keine Emotes machen. Aber hier. Deswegen sage ich euch hier mal Hallo. Ich kann keine Emote machen. Hallo, Leute. Hier sieht ihr wieder ein Video von mir. Von Spellbreak. Und da sind die ehrenlosen Gegner. Oh, no way, no way, no way. Also das, Leute, war es mal wieder komplett. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Okay, Leute. Die Runde war so schnell. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Ich zumindest wahrscheinlich auch nicht. Hm. Hm, was soll ich nehmen? Aber nein, du darfst entscheiden. Ja, okay, Blix. Gut. Und schaut auch gern bei Lollulel vorbei. Ist ein Freund von mir. Er macht auch coole Videos. Wir sehen uns in der Runde. Bis gleich. Okay, Leute. Hier sehen wir wieder in der Runde. Hier ist die Map. Und wo wollen wir landen? Hier. Ich sage mal, hier in diese Wüstenstadt. Ubi Kof. Äh, wo ist... Ja, 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 da fliege ich gerade hin. Aber wie ist so ein Teil der Wüste? Ja, da hinten ist eine Riesenwüste. Obwohl das ganz hinten ist Wüste. Ja, ist so. Da hinten ist eine Riesenwüste und hier ist nur ein kleiner Strand. Und wenn ihr auch mal mitspielen wollt, dann lasst ein Like und Abo da. Ich habe einen epischen Gürtel. Gut, ich habe auch einen Gürtel. Und dann... Und dann schreibt in die Kommentare euren Spellbreak-Namen und eure Spiele-ID. Und das Spiel gibt es, glaube ich, auf jeden Fall für Nintendo Switch und PXE. Und viele haben ja PXE. Ich glaube, Playstation geht es auch und Xbox. Bin mir aber nicht sicher. Aber für PXE geht es auf jeden Fall. Auf Switch auf jeden Fall. PXE eigentlich auch. Ja. Bei mir ist einer. Okay, ich komme. Ich helfe dir. Lass mein Abo-Deck-Tagel-Ruhe lang. Komm her. Gegner. Wo ist der? Ist er, ist er, ist er. Dafür, dass ich OG bin, in dem Spiel bin ich schon echt schlecht. Er finischt mich. Aber gut. Ich bin ja OG, aber ich spiele das Spiel nicht so oft. Okay, heute habe ich lange gespielt. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Okay, Leute, wir spielen noch eine Runde. Das gerade war ja nichts. Heute nehme ich mal wieder Wind. Let's go. Wir sehen uns in der Runde. Bis gleich. Okay, wo wollen wir langdenken? Du darfst entscheiden. Schaftor Mountain heißt der Ort. Okay. Und abonniert auch gerne einen Freund von mir, 744, aka Kleinalfi. Macht ihm die 100 Abos voll. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Bei mir sind zwei Tonnotizen. Okay, gut. Bei mir auch. Bei mir auch. Soll ich klein. Schriftrolle. Gürtel. Gürtel. abschießen. Aber hier jetzt ist gerade so was gekommen, damit ich das so wie ein Jumphead nutzen kann. Jetzt mal hier gönnen. Und Leute, macht gern Itachi, Monkey Itachi, noch dieses Jahr 1000 Abos voll. Und ich habe mit Klicks, falls ihr den kennt, sozusagen Versprechen. Ich habe gesagt, schaffen wir, also ob er es schafft, in diesem Jahr noch 5000. Er hat jetzt ungefähr 1500. Was denkst du, Abonnent? Wird er das schaffen? Ja. Und du kriegst dieses Jahr 400 voll. Ja, das wäre echt nice. Das wäre stark von euch, Leute. 100 oder mehr wäre echt nice. Okay, warte, ich komme. Ich wollte gerade fliegen, aber ich habe nichts zum Fliegen. Ich gehe die Puschen. Ich auch. Ich habe zu viel aufgelassen. Ey, als ob. Ich habe ihn doch fast gehütet. Das wird kein Win, auf jeden Fall, denke ich. Ich gebe mir kurz einen Drang. Schutzdrang. Und Schilddrang, also später. Aber eigentlich könnte ich mir alles geben, klar. Oh, du bist knocked. Nein, okay, ich helfe dir. Oh, no, no, no. Warte, warte, warte. Warte, noch nicht, warte, noch nicht. Let's, let's, Angriff, Angriff. Okay, warte. Ja, Angriff. Let's, 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 let's finish. Und was war sie? Oh mein Gott, er ist in der Falle. Muss gut aufpassen. Oh, yes, 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 yes. Hier, ich bin geschockt. Gegner, weiß du nicht, wer ich bin? Ich bin der allerechte Ozil. Ozilhaut. Also, und wir sind zu zweit, also schieb mal keinen Fatsen. Hier, Jumpette. Schildgön. Wo ist der hingelangt? Oh, okay, ich weiß, wo der ist. Ich bin in dem Spiel echt schlecht. In dem Spiel bin ich wirklich... Okay, ich helfe dir. In dem Spiel bin ich wirklich schlecht. Ob normal oder in Aufnahmen. Bei Fortnite ist es immer so, wenn ich aufnehme, ist die Grafik nicht so gut. Okay, lass ihn fast so folgen. Also, in Fortnite ist die Grafik nicht so gut. Ich spiele mit Crow-Controller. Das ist halt so ein Problem, dass ich da schlecht bin. Aber in Minecraft, die Folgen, die Aufnahmen, die Quali ist voll gut irgendwie. Und in dem Spiel hier, Spellbreak, ist es auch voll gut. Ich weiß nicht, warum. Aber in dem Spiel bin ich, egal ob Aufnahme oder nicht, ich bin immer schlecht eigentlich in dem Game. Oh, ich habe ihn gehittet. Sehr nice, sehr, sehr nice. Er bringt. Ja, hilf mir bitte. Finischt er? Nee, noch nicht. Er versucht. Aber er ist low. Er finischt. Er finischt. Ehre, Ehre, Ehre. Gut, gut, gut. Du hast von mir gelernt. Aber er hat gut gespielt. Ich sage ganz ehrlich, du hast gut gespielt mit der... Ich hätte mir ein bisschen gewaselt, bis er dich richtig finischen wollte. Ja, aber er war trotzdem gut von dir. Egal. Ist der auch YouTuber? Keine Ahnung. Der ist nämlich TV im Namen. Seh uns nach der Runde, Leute. TV bedeutet, ähm, Färcher. Ich weiß. Okay, Leute. Okay, Leute. Okay, Leute. Wir spielen jetzt die letzte Runde. Ich nehme den Wind wieder. Okay, wir sehen uns in der Runde. Bis gleich. Okay. Wo wollen wir landen? Hier? Und wenn ihr auch mitspielen wollt, wie gesagt, ID in die Kommentare und Namen von dem Spiel. Wir wollen mich um Timberchen oder wie derart halten. Ja, einfach straight nach unten. Nee, weil die 7 wurde gelöst. Ich bin blau. Okay, ich flieg straight nach unten. Guck nach nach unten. Okay. Nein! Nein, Rutsch, nein! Ich muss noch zu schalten. Ich hab dich nicht so gut gesehen. Guck in Aufnahme. Das ist so komisch. Windhandschuhe. Hab ich doch schon was. Bringt mir das. Bei dir, Gegner. Ich komme gleich. Das habe ich gerade jetzt aktiviert. So ein Jumpett in der Art. Ich komme, ich komme, ich komme. Retonation. Du wirst nicht überleben. Denk, glaube ich. Aber schaffst du, schaffst du. Ich nehme noch kurz die Items mit. Oh, ein und 5 Kika-Hit. Ich habe noch kurz ein paar Items mitgenommen. Na, Eishandschuhe. Aber die Truhe, egal, egal. Ich muss dich lieber retten. Find ich der? Ja, ich finde, du find ich der. Hab ich ihn getroffen? Hab ich ihn gerade Quickscope gegeben? Oh mein Gott, Ehre genommen. Ich habe ihm die Ehre genommen. Aber die werden mich jetzt killen, weil die im Duo sind. Einer hat einen Jumpett-Kaffee. Ich habe keine Ahnung, was das hier bringt. Das verstehe ich, Unti, nicht? Das ist so komisch, Unti. Und kann die Leute damit verwirren. Aber ich war mir nicht selber mit der Attacke. Ich kann dich leider nicht retten. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ich hoffe, euch Leute, hat das Video auch gefallen. Dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut meine anderen Videos an gerne. Und ja, willst du noch was sagen, Abonnent? Lasst ein Abo da und abonniert den Kanal. Dankeschön. Okay, Leute. Willst du noch was sagen? Danke, dass ich mit dir spielen durfte. Okay, bitte, bitte, gerne. Mach ich doch gerne. Ihr könnt ja auch mitspielen. Mal gucken. Haut da rein, Leute. Ciao. Bleibt gesund. Und guckt gerne meine anderen Videos an. Das war es mit dem Video. Ciao. Bis dann. Und guckt gerne.